Wir haben auf den Prinz Halley, auf den Prinz William. Nachher auf den Burg oben, die älteste Band, Entschuldigung, älteste Regiment von der Köln im Wörter gehört The Pirates of the London Scottish Regiment. Mitglieder von dem Team, wo YouTube-Landet an ihre höchsten Herausforderungen gestellt. Sie nehmen eine Parade, feiern besondere Veranstaltungen auf dem Campus der Universität Norwich in den USA in Thailand. Sie gelten als Prunkstück der ältesten privaten Vegetärschule der Nation. Sie sind auch Weltmeister. Das Team wird ganz sicher sein, auch ein Geister. Man kann sich sicher nicht vorstellen, wie viel Training und Befürwung da dahinter ist. Für mich ist es die absolut sympathischste Art und Weise, wenn man mit einer Waffe machen kann. Leitende Kornel Todd Edwards, 3 Platoon Corps Norwich USA. mouthfehlend applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020